Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Ein bisschen ein anderes Video, nicht nur von der Optik, sondern auch vom Inhalt. Es geht darum, dass im Moment sich zwei Jahre Corona jähren und ich dachte, ich berichte euch mal, wie diese letzten zwei Jahre für mich so waren. Als Künstler, als Moderator, als Musiker, als Veranstalter, als Mensch, als YouTuber. Und ja, ich hoffe, euch interessiert das. Ich mache so am Ende des Jahres immer einen Rückblick auf das vergangene Jahr und da habe ich mir so angewöhnt zu schauen, wie viel war ich gereist, wie viele Auftritte hatte ich, wie viele Leute habe ich in diesen Auftritten erreicht. Und das waren sonst immer so, naja, je nachdem, entweder 15 große oder bis zu 50, 60 mittlere Auftritte und meistens so eine höhere vierstellige Zahl an Publikum, was ich da erreicht habe. Im letzten Jahr hatte ich drei Auftritte. Die waren alle drei mit meinem Bruder. Ich habe Bass gespielt. Sie waren im Freien und insgesamt waren 120 Zuschauer da. Und der Eintritt war frei. Also das zeigt, glaube ich, ganz schön gut, wie die letzten zwei Jahre so aus dieser Sicht bei mir abgelaufen sind. Jetzt könnte natürlich Mitleid aufkommen und man könnte sich Sorgen machen darum, ob ich noch was zu essen habe. Gott sei Dank ist das bei mir nicht das Problem, weil ich habe seit 30 Jahren einen Verlag für logopädische Materialien und der ernährt mich eigentlich ganz gut. Mein Problem ist eigentlich eher, dass ich ja deswegen diese ganzen Sachen gemacht habe, diese Veranstaltungen und diese Moderationen und diese Fernsehshows, weil ich es liebe, wenn die Augen der Zuschauer leuchten, weil ich es liebe, Gemeinschaft zu spüren im Veranstaltungsraum. Und das ist natürlich genau das, was jetzt gerade nicht geht. Ich habe darüber mal ein Buch geschrieben sogar, das heißt Feierkunst, leuchtende Augen statt hohle Rituale. Und wenn man das so liest, was ich damals beschrieben habe, was für mich eine gute Veranstaltung ausmacht, dann ist das im Grunde aus heutiger Sicht ein Superspreader-Event, ganz einfach. Also es ist völlig normal und logisch, dass die gerade nicht stattfinden können. Aber das fehlt mir natürlich. Und genauso fehlt es mir, nachdem ich mein Leben genau darauf ausgerichtet habe, dass ich so alle, naja, vier bis acht Wochen mal wieder kräftigen Applaus bekomme und das Gefühl habe, die Leute gut unterhalten zu haben und die Augen leuchten sehen kann. Das findet halt nicht statt und das ist für mich bedrückend. Und ja, das tut weh und das ist schade. Und das geht jetzt gerade in die dritte Runde. Also wir sagen jetzt ja gerade die Veranstaltungen ab, die wir hoffnungsvoll im Herbst für Januar, Februar, März geplant hatten. Aber ich bin ja natürlich deswegen nicht untätig gewesen, sondern es hat natürlich Platz und Luft geschaffen für andere Sachen. Ihr habt ja auch gesehen, ich war ja aktiv. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, 13 Elektroautos Probe gefahren, beim Oscar zusammen getestet. Insgesamt irgendwas um die 30 Videos auf YouTube gemacht. Ich habe TikTok gemacht. Ich habe sogar recht erfolgreich. Gerade vor ein paar Wochen hatte ich einen TikTok. Das hat, glaube ich, jetzt 2,5 Millionen Aufrufe oder so. Ich habe mein drittes Buch geschrieben. Und zwar hatte mich die Stiftung Warentest gebeten, hier TikTok, Snapchat und Instagram einen Ratgeber zu schreiben. Die Social Media waren natürlich für mich bedeutungsvoll, haben mich beschäftigt. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie ein großes Einkommen generieren. Ich hatte ein paar tolle Kooperationen auf YouTube, aber es war natürlich vor allem auch viel Beschäftigung. Und ja, weil es mir Spaß macht zu bestimmten Themen. Und was ich noch gemacht habe, und das kam neu dazu in den letzten 2 Jahren, war Solar Promotion. Das sind die größten Veranstalter im Bereich Tagungen und Messen zum Thema erneuerbare Energien. Die haben mich gebeten für sie, den Podcast, den Smarter E-Podcast zu hosten. Das heißt, ich produziere den. Das heißt, die deutschsprachige Ausgabe produziere ich. Und da hatte ich natürlich tolle Gesprächspartner und viel Gelegenheit, mich zu diesen Themen, die mich halt von Herzen auch interessieren, zu unterhalten und das dann auch per Podcast zu veröffentlichen. Und da habe ich dann auch was für verdient. Das ist so meine Sicherheit für die Fixkosten gewesen in den letzten 2 Jahren. Ihr kennt mich meistens von YouTube, von Videos über meinen Tesla, über meine Solaranlage und diese Themen. Es hat sich in den letzten Jahren auch einiges verändert auf YouTube. Natürlich, durch Corona, könnte man sagen, ist noch mehr los gewesen auf den Social Media. Noch mehr sind dahin geströmt. Es gibt natürlich überhaupt eine Vielzahl von Menschen, die Webinare jetzt gucken. Es gab Homeschooling. Ich hatte sogar eher den Eindruck, dass dadurch, dass es so viel auf die Internetplattformen verschoben wurde, die Leute dann manchmal auch gar keine Lust mehr hatten, auch noch zur Unterhaltung oder zur Information sich was anzuschauen. Also für mich war es eher eine Zeit, in der die Zuschauerzahlen zurückgingen. Ich hatte auch ein paar super erfolgreiche Videos, klar. Aber ich habe auch insgesamt den Eindruck, dass sich YouTube sehr professionalisiert hat. Am Anfang hatten so die Fernsehsender, das weiß ich noch, auch die Schauspieler aus dem professionellen Bereich, hatten so Angst vor YouTube, dass es ihnen sozusagen die Butter vom Brot wegnehmen könnte oder die Zukunft YouTube wäre und es Fernsehen gar nicht mehr gäbe. Fernsehen hat das ganz geschickt gelöst. Ich glaube, inzwischen sind ein Drittel oder vielleicht noch mehr alle Angebote auf YouTube sowieso professionell von Fernsehsendern produziert. Da haben die ihre Zweit- und Drittverwertung vom Nachmittagsprogramm. Und das hat natürlich YouTube sehr stark geprägt. Also wir haben eine große Professionalisierung und meiner Meinung nach auch höhere Anspruchshaltung. Die großen YouTuber sind alle mit Produktionsteams und bester Technik ausgestattet. Und so konkurriert man als kleiner YouTuber sozusagen gegen Leute, die einfach sehr professionell arbeiten. Manchmal lese ich sogar in den Kommentaren, jetzt glaubt schon jeder, der Model 3 fährt, er müsste Videos machen. Dabei war YouTube eigentlich mal ganz am Anfang, ja eben wie der Name schon sagt. Also du kannst dich hier mal zeigen und kannst hier mal was machen. Und das hat sich sicherlich geändert. Das hat auch Einfluss auf die Zuschauerzahlen. Ich überlege jetzt eben, und darum wird es nachher noch mal kurz gehen, wie soll ich denn weitermachen? Denn eine Sache ist mir natürlich auch aufgefallen, das war allerdings schon immer so, wenn ich was mache, was ich wirklich super interessant finde, wie zum Beispiel, was passiert eigentlich mit dem gelben Sack? Diese Verpackungen, werden die wirklich nur verbrannt oder werden die recycelt? Und dann fahre ich da auch hin zu dem Recyclinghof und schaue das an und fahre nach Rheinfelden, wo das dann passiert mit dem Granulat und wo das gereinigt wird und sortiert. Dann finde ich das super spannend, aber Zuschauer interessiert es mich so sehr. Wenn ich dagegen sage, hier, welche Mängel hat mein Tesla nach 80.000 Kilometern? Das scheint irgendwie interessanter und attraktiver zu sein. Das können manche machen. Ich kann das nicht so gut, dass ich einfach das mache, also jede Woche ein neues Video über das Tesla Model 3 und jedes neue Update irgendwie ein Video draus machen. Das ist mir tatsächlich zu langweilig. und deswegen mache ich halt auch manchmal was anderes oder ich mache auch manchmal eine Pause und hoffe, das ist okay so. Nebenbei, das nur am Rande, waren die zwei Jahre auch privat super aufregend. und ich würde mal sagen, da blieb kaum ein Stein in meinem ganzen Leben auf dem anderen. Ich habe eine Trennung hinter mir vor über zwei Jahren und bin in einer neuen Beziehung, habe zwei Bonuskinder und bin jetzt mit meiner großen Familie und auch meinem Papa sehr viel beschäftigt, mit sehr vielen Themen von wie viel Screentime kriegt ein Zehnjähriger bis, wie rechnet man die Pflegeversicherung bei meinem Papa ab. Das ist eine große Bandbreite, die mich beschäftigt. Das nur so am Rande. Das ist natürlich auch anstrengend, kommt dazu in dieser Corona-Zeit und Corona ist jetzt nun auch nicht unbedingt förderlich für solche Situationen. Man ist viel zusammen, es gibt Homeschooling oder es gab Homeschooling, man kann nicht uneingeschränkt Freunde treffen. Ihr kennt das alle. Ich denke, ihr habt alle diese Themen und habt dieselben zwei Jahre erlebt wie ich. Was ich im Moment mache, deswegen auch gerade diese Pause. Ich habe beschlossen, diese Erfahrung, die ich auf der Bühne und vor der Kamera habe, ich bin ja schon mit fünf, habe ich Klavier angefangen und spätestens mit 13 stand ich auf Bühnen als Musiker in der Band, dann später im Theater 20 Jahre lang erst als Musiker, als Dirigent, dann aber auch als Schauspieler, später als Solo-Kabarettist. Dann steine ich vor Kameras im Regionalfernsehen bei Shows, die ich produziert habe und auf Bühne natürlich weiterhin und jetzt bei YouTube auch wieder vor der Kamera. Und diese Erfahrung, wie man wirkungsvoll kommuniziert, was für Unternehmer interessant sein kann, für Coaches interessant sein kann, die praktisch sich vorstellen möchten, in einem Video auf der Homepage oder die ein Webinar anbieten oder ein Video-Seminar. Für diese habe ich ein digitales Angebot geschaffen, auch ein 1 zu 1 Coaching, aber auch viele Videos aufgenommen und das wird jetzt in den nächsten Wochen online gehen, sodass man dann meine Wirkungskurse buchen und besuchen kann. Wenn euch das Thema zufällig auch interessiert oder ihr seid Geschäftsführer und ihr müsst häufig auf Bühnen oder vor Kameras, dann schreibt mir gerne Tobias at Wirkungskurse.de und dann informiere ich euch weiterhin über das, was ich da tue. Ja, zuletzt wäre die Frage, wie geht es weiter mit dieser Date auf YouTube? Also ich werde sicherlich hier und da immer mal wieder ein Video machen, vielleicht nicht mehr jeden Sonntag, vielleicht jeden zweiten, aber mich würde vor allem interessieren, abgesehen von den Sachen, die ja sowieso funktionieren, also wenn mir ein Reifen am Model 3 platzt, dann kann ich daraus ein Video machen und es gucken auf jeden Fall ein paar tausend Leute und wenn ich ein neues Gerät für die Solaranlage kriege, wahrscheinlich auch. Aber was würde euch sonst interessieren, vor allem auch in diesem Bereich Energiewende, regenerative Energie, E-Mobilität, Nachhaltigkeit, das ist das, was ich sinnvoll finde. Gerne auch Pädagogik, das ist natürlich auch mein Thema. Alles was, was mit der Zukunft zu tun hat und damit, dass wir irgendwie eine friedliche, gesunde, machbare Zukunft auf dieser Welt finden. Alle diese Themen interessieren mich und ich freue mich, wenn ihr Vorschläge habt. Kommentiert gerne unter diesem Video, was ihr meint, was ihr gerne sehen würdet, gerade auch von mir. Gebt mir unbedingt ein Like für dieses Video, abonniert meinen Kanal und ich denke, wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video. Bis dahin, euer Diesel Date. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.